hallo und herzlich willkommen zu the planet crafter so ich habe mit neues gekriegt und zwar ein bildschirm natürlich wieder offline so ein bildschirm habe ich gekriegt das war den hier biomasse was der dahin ja ja so ein bisschen pflanzen insekten insekten tiere okay man sind das hier ne biomasse 35 tonnen so warte mal wir müssen ja noch die hier aufbauen schon wieder super legion und dünger dinger auch die schwefel führen man bald kein schwefel mehr schwefel aubergine aubergine und algen der brauch zwei dünger zwei schwefel vier aubergine und sechs algen zwei schwefel ich muss ja darunter okay zwei schwefel das hier eine tiefe ja aber schienen sondern nicht rausgewachsen was kosten denn die nahrungszüchter reisen aluminium ich werde jetzt von denen noch ein paar aufstellen reisen und aluminium wir stellen auf wir gucken mal wie viel eisen haben wir dann noch stellen auf 12345 aluminium sollte noch da sein sonstiges wasserflaschen und genug okay gut ich stelle hier in der zweiten reihe mache ich nur von diesen aubergine glaube ich das ist ein bisschen ich habe ja auch noch ein paar die 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 15 5 678 noch 3 3 reisen bei aluminium 3 was auf flaschen habe ich die noch in einer ok nämlich dass man hier aus jetzt rächt sich das dass ich nicht überall die samen rausgenommen habe ja was noch drei hin auch leicht um eigentlich doch noch hin eigentlich nicht warum So, die müssen dichter aneinander. Wann geht's vielleicht? Äh... Okay. So, hier so ein bisschen reinklippen. Jo, jo. Komm. Noch zwei. Ja, das sollte gehen. Ja, passt. Okay. Die Auberginen. Sind die fertig? Bei 58%. Also gehe ich mal runter und gucke, ob ich noch Auberginen-Charmen habe. Samen. Samen, 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 Samen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Perfekt. Und jetzt kann ich ja hier unten die Samen... Nee, wo waren sie? Bei Essen? Die Samen wieder... Nee, waren sie auch nicht. Bei wertvollen? Äh... Da habe ich noch einen Samen. Okay. Den packe ich nochmal da hin. Zu den... Samen. Der, ne? Hol. Warte. Nehmen wir da hinten zwei raus. Was packe ich da rein? Bodensäume. Ja. Mach ich. Dann hätte ich ja die anderen beiden auch nicht gebraucht, ne? Hm. So. Okay. Aubergine. 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 Drei. Vier. Das sind acht. Das sind ja acht. Hm. Schlecht. Das ist schlecht. Da sind wir bei 63 Prozent. Nee. Nee, 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 nee. Warte. Dann gehe ich noch zwei holen. Äh... Ja. Das sind genau die zwei. Ha. Passt wie die Faust aufs Auge. So, ne? Okay. Und hier drüben kriegt der da auch... Ähm... Nein, kriegt keine zwei mehr hin, oder? 65, 65. Okay. So. Dann wollte ich, äh... Blumensommer 2. Okay. Das ist die Sache mit dem Schwefel, ne? Zwei Schwefel hätte ich noch. Aber keine Auberginen. Also geht's da auch nicht weiter. Eieieieieieiei. Ähm... Wir müssen wieder erkunden. Sollte mal was trinken. Sehr schön. Was essen. Supi. Dann rieche ich das Wasser wieder hier hin. Aber... Ähm... Ich hatte noch eine Uran-Rakete geordert. Die muss ich jetzt erst einsammeln. Das mache ich mal ohne euch. Okay. Uran ist gesammelt. Jetzt... Ähm... Gucken wir mal, wie weit die da oben sind. 48%. Das nix. 80%. Ja, Mann. Ja, gut. Dann... Kümmern wir uns ein bisschen noch um... Superlegierung. So, hier hinten haben wir ja noch gar nicht richtig erkundet. In diese Richtung, ne? Ein komischer Fleck im Wasser. Da war ich schon drin. Aber wir können ja noch mal gucken gehen. Hier ist nix besonderes. Hier war irgendwo... Da ist noch ein Schlauch. Den kann ich jetzt erlegen. Das war es aber auch schon hier. Nee, da war da ja die eine Karte drin, ne? Die Research-Karte. Da war ich oben noch im Cockpit. Da kann man mit dem Checkpack reinfliegen. Ich zeige es euch gleich. Erst mal Luft holen. Was ist eigentlich hier noch drin? Wow! Au, Au-Baschinen. Aha! Okay. Und hier noch. 300er, 400er. Ja, äh... Fest draus haben. Ich glaube, den brauche ich später für die... für die Bäume. Okay. So. Hier kommt man nämlich hoch. Hier kann man rennen. Dann geht es hier runter. Hier unten war eine Kiste. Wir sind noch da. in den Schrank. Okay, dann habe ich mich auch nicht zerlegt. So. Dahinter ist zwar noch eine Tür, aber da kommt man hat leider nicht ran. Mehr war hier nicht. Guck mal. Hier wird es grün. Cool. Ich suche immer noch einen Weg in die Richtung. Ah, hier ist auch schön grün. Ach, ist der Rasen so schön grün? Äh... Ich kann nix bauen, ne? Ich... Eisen brauche... Ich brauche noch Titan. Titan! Hallo? Titan! 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 Titan, bitte! Nein, nein, da ist doch... Nein, da ist doch... Bitte! Ist hier Titan? Nee, nicht wirklich. Aber... Aber... Superlegierung... Okay, ich brauche trotzdem einen Titan. Ich will mir hier einen Raum bauen. Ähm... Ich brauche noch Titan und ein... Da ist noch... Nee, das ist Eisen. Ne, ich brauche Titan. Titan, ja. Und einmal noch Silizium. Silizium, bitte. Silizium? Silizium? Nein, hier ist noch Eisen. Da ist Silizium. Okay, schaffe ich das noch? Ist hier hinter? Ja, und ich hoffe, ich habe alles. Äh, nee, ich brauche noch... Ja, ein blaues Ding. Hilfe für die Tür. Na das. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. hier ist eine kiste und hier wird raum ausgestellt ja ja ich habe es ja mitgekriegt man macht 60 prozent okay so stück war ein super legierung sehr gut alles was man so braucht ich hatte so viel super legierung jetzt ist weg auch keines überlegen door door mit das hier ist das natürlich kaputt machen da ist natürlich jetzt auch nicht weiter was passiert denn wenn ich hier meine aufstelle komme ich dann super legierung ist das vielleicht hilfe nein 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 bin in der map ich bin in der map wie komme ich denn hier wieder raus wo kam ich hier rein ja jetzt bin ich draußen was ist da hinten das warte nee das ist doch ja okay ich hab's verstanden da war ich war mitten in der map drin ok also merken wir uns nicht in renge in enge ecken gehen ich denke mal wir sind durch mehr gibt es hier nicht hier oben drauf noch da hat das nicht doch noch eins versteckt hier oben drauf gibt es nichts ja nicht nur noch mal dahin ok wir haben wir ja wir sind ja eh voll bis hin dann geht es wieder nach hause aber ohne die super legierung gehen wir nirgends hin da ging es raus ne und dann geht es hier nach hause sowie ich habe immer noch keinen weg hier über den berg gefunden wo komme ich denn hier hin schwefelgebiet langsam kennt man sich so ein bisschen hier auf der karte aus so hier war ja nichts wichtiges ne außer iridium und iridium habe ich ja ganz ganz viel und dann geht es doch sowieso nicht aufnehmen tk mach hin nach hause hopp so jetzt sollten unsere sachen rausgewachsen sein hoffe ich doch aber hier muss noch unterbaut werden da brauche ich aber noch eisen für aber erst ja mit dem jetpack über legierung ja so ein bisschen das doch gut noch ein bisschen uhr an bisschen schwefel die eisen und gedöns mal reisen war hier weitern daneben ist eisen eisen iridium iridium starb ne der war unten was ist denn jetzt schon wieder los da draußen was fällt hier runter mann 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 lila brocken lila eine brocken ist das vielleicht super legierung was hier runter fällt wenn dann jede menge so was habe ich noch einzusortieren und starb alu starb und hier hier den Samen so hobolt und hier irgendwo noch Samen da und darin ok ja ich komme gleich gucken wie sieht es aus 89 prozent ok aber die sind fertig ja sehr gut äh raus Bohnensamenren raus und Bohnensamenren raus und Bohnensamenren ok dann ist das unser Essen das Essen ist eigentlich mit 35% nicht so doll ich packe hier noch zwei hin und dann machen wir die auch so zack und zack so wie sieht es hier aus 89% ok ja wir gehen raus gucken das Ding ist ich werde ja die Superlegierung hier niemals finden ja ich weiß dass hier was runter gekommen ja hier war was runter gekommen das habe ich gesehen aber wo noch aber wo noch ja der nicht und das ins Wasser geplumpst ist dann kriege ich das niemals und und super Legierung mhm sind hier noch welche warte ne das war es nicht ne ne Silizium ich habe allerdings auch nicht aufgepasst wo das überall runter gekommen ist hier unten die hatte ich gesehen hier oben auch welche runter gekommen das blöde ist nach dem nächsten einloggen sind sie wieder weg ne ja dann ist es halt wie es ist hier sieht es aus als das ist wo ich jetzt abgebaut habe ne naja nicht darum nix Aluminium ja das ist das wo ich die Dinger hier abgebaut habe ja 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 das war es so ok dann können wir ja nächste Folge anfangen mit den Dingern hier austauschen ne also wir haben eine Iridium Höhle gefunden finde ich schon mal gut stellen wir da ähm ich muss kurz gucken stellen wir da so ein Ding auf so ein mhm wo ist er da Arminium Titan, Iridium Stab und zwei Osmium das würde ja gehen die war doch noch irgendwo eine Osmium Höhle wo ich nicht mehr weiß wo die war ja ja wir könnten das testen obwohl Strom hm vielleicht mach ich hier an die an die Tür noch so so ein Strom Panel vielleicht ist das gar keine üble Idee die Lithium und Magnesium das machen wir noch heute hier oder vielleicht hier hin warte mal kann ich den Strom Monitor hier irgendwo drüber packen oder nur so an da da davor würde gehen oder so an da ja das ist doch super kann ich immer gucken guck mal 42 Kilowatt haben wir noch ok dann können wir ja gleich gucken so ein Ding kostet 43,5 nein und die 9 da habe ich 3 stehen 9,18,27 würde gehen wenn ich den weg pack der macht 161 Sauerstoff zu 325 aha 43,5 Pflanzen zu 9,2 machen wir das machen wir morgen ok dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen bis dahin gehabt euch gut und ja ich trinke ja schon was bewässerung niedrig haha tschüss